Auf seiner allerersten Reise las Bruder Andrew in Offenbarung 3, Vers 2, Stärke das Übrige, das dem Begriff steht, zu sterben. Und es ist die verfolgte Kirche. In vielen dieser Länder, die sich manchmal nur mit Mühe und Not über Wasser halten können. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu finden, sie zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie, die Kirche, nicht stirbt. Herzlich Willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass du heute dabei bist, wenn es darum geht, Open Doors etwas tiefer zu betrachten. Open Doors ist ein Hilfswerk für verfolgte Christen. Und die Frage, die ich heute habe, ist, was ist das Herz? Was ist die DNA von Open Doors? Herzlich Willkommen, Al. Vielen Dank, Nikki. Al, darf ich dich fragen, du bist ein langjähriger Weggefährte von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Was ist das Herzstück? Was ist die DNA von Open Doors? Das ist eine wichtige Frage, die sich Bruder Andrew und die anderen Gründer des Dienstes stellten. Denn Bruder Andrew wurde älter, andere machten weiter und eine ganz neue Generation trat in den Dienst ein. Ein Berater aus Afrika, der nicht zur Organisation gehörte, versammelte die vier Gründer. Bruder Andrew, Celie Yates, den Gründungsvorsitzenden, Derek Stone, den Gründungspastor und Johan Companion, den Gründungspräsidenten. Und er fragte sie, was ist die DNA des Dienstes? Was darf sich auf keinen Fall ändern? Was ist das Wesentliche, das Open Doors zu der Organisation macht, die sie ist? Wir wollen diese Punkte festmachen. Und das Ergebnis wurde dann zu dem, was wir heute unsere Kernwerte nennen. Es gibt sieben Bereiche, die als Kernwerte identifiziert wurden, von denen wir möchten, dass jeder, der bei Open Doors in unserem weltweiten Dienst arbeitet, sie versteht und danach lebt. Das wäre jetzt interessant von dir zu hören. Welche sind diese sieben Kernwerte, damit wir genau wissen, mit welchem Werk wir es zu tun haben? Die Kernwerte sind nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge, aber der erste, der identifiziert wurde, war, wir sind Teil des Leibes Christi, von Menschen für Menschen. Wenn man das hört, klingt das ein bisschen seltsam. Was bedeutet das? Nun, es hat seinen Ursprung in den Anfängen des Dienstes. Bruder Andrew suchte auf seiner ersten Reise nach Polen und auch auf den folgenden Reisen seine Brüder. Er fand die Gemeinde, lernte ihre Bedürfnisse kennen und half ihnen, sie zu erfüllen und sie zu stärken. Das war eine persönliche Beziehung. Wir führen unseren Dienst nicht mit Technologie durch. Wir begegnen Menschen persönlich. Als er also Bibeln hinter den eisernen Vorhang brachte, übergab er sie von Hand zu Hand. Und ich denke, dass die persönliche Beziehung, die wir zu den Mitgliedern der verfolgten Kirche haben, ein wichtiger Teil unseres Dienstes ist. Ja, das hilft natürlich auch sehr dabei, den verfolgten Christen, unseren Mitbrüdern, Mitschwestern zu zeigen, wir sind bei dir, wir sind wirklich bei dir, wir können dich umarmen, wir können einander umarmen und einander stützen. Das ist richtig. Und Bruder Andrew sagte oft, ich suche meine Geschwister. Selbst diese Einzelperson, die dort draußen isoliert ist, ist wichtig. Auch sie ist Teil des Leibes Christi und ich möchte sie finden. Und das hatte wirklich einen Einfluss auf mein Leben. Und das führt zu dem nächsten Punkt. Unser Dienst wird von der verfolgten Kirche bestimmt. Und das hast du bereits bei deiner Einführung erwähnt. Das ist die Einzigartigkeit von Open Doors. Es gibt eine Reihe von Diensten, die Nothilfe leisten. Bieten wir Nothilfe an? Nun, manchmal müssen wir das. Wenn Christen bei der Fluthilfe oder in Erdbebengebieten diskriminiert werden, weil sie eine Minderheit sind. Aber wir sind keine Nothilfeorganisation. Wir existieren, um die Kirche in der Verfolgung zu finden und zu stärken. Auf seiner allerersten Reise las Bruder Andrew in Offenbarung 3, Vers 2, stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und es ist die verfolgte Kirche. In vielen dieser Länder, die sich manchmal nur mit Mühe und Not über Wasser halten kann. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu finden, sie zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie, die Kirche, nicht stirbt. Würdest du sagen, dass das eine Unterstützung ist, die Menschen auch wieder so ans Herz Jesu bindet, dass sie von Jesus ihre Kraft ziehen können für die Schwierigkeiten, in denen sie stehen? Nun, weißt du, es ist interessant. Die Bedürfnisse der verfolgten Kirche sind in den Ländern unterschiedlich. Wir haben nicht das eine Programm, das für jeden in jedem Land passt. Der Grund, warum ich diesen Kragen trage, ist, dass ich in ein bestimmtes Land in der islamischen Welt gereist bin. Und sie sagten, Al, du bist ausgebildet. Du sprichst mit Pastoren, du vertrittst uns bei Regierungsbeamten. Es wäre viel effektiver, wenn du ordiniert wärst, denn das würde dir mehr Autorität verleihen. Als ich aufwuchs, hatte ich nicht den Wunsch, jemals ordinierter Pfarrer zu werden. Aber als die Kirche mich fragte, ob ich mich ordinieren lassen würde, weil ich dann effektiver arbeiten könnte, musste ich sagen, okay, ich werde es in Betracht ziehen. Und das hat meinen Dienst an einigen Orten wirklich erweitert. Wenn man zu Regierungsbeamten geht, um sich für verfolgte Christen einzusetzen, verleiht das dem, was man sagt, zusätzliche Autorität. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir uns um die Bedürfnisse unserer Brüder und Schwestern kümmern. Ja, ich finde es wunderbar, dass du so pastoral bist von deinem Typ her. Du hast mal erzählt, zwischendrin, dass du gar nicht so der pastorale Typ warst und dass Gott etwas aufgeweckt hat in dir. Nun, als meine Frau und ich heirateten, sagte sie zunächst, dass sie niemals einen Pastor geheiratet hätte. Und ich würde sagen, dass Gott durch meine Zeit mit der verfolgten Kirche mein Herz erweicht hat. Vor 25 Jahren wäre ich definitiv kein pastoraler Typ gewesen. Aber das eigene Herz wird weich, wenn man mit Menschen zusammen ist, die einen so hohen Preis für die Nachfolge zahlen. Ich glaube, Gott hat mich verändert und mir den Wunsch gegeben, Pastor zu werden und ihnen auf jede erdenkliche Weise zu dienen. Und lass mich noch etwas über die verfolgte Kirche sagen. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Es gibt ein Beispiel, das mir unser Gründungspräsident Johann Companion erzählte. Bruder Andrew rief ihn einmal an und sagte, es gäbe ein Waisenhaus in einem Land, das sie Open Doors gerne überlassen würden. Es war eine großartige Gelegenheit. Aber es war nicht wirklich der Kern unseres Dienstes, der von der verfolgten Kirche bestimmt wird. Bruder Andrew hat oft zu mir gesagt, Al, nicht jede Not ist auch ein Ruf. Ja. Und das war sehr hilfreich. Für mich ist es wichtig, ein Seelsorger für die Menschen in der Verfolgung zu sein. Wenn sie leiden, wenn sie ein Trauma durchmachen, brauchen sie kein Programm. Sie brauchen ein mitfühlendes Herz. Menschen für Menschen. Und dazu gehört die Seelsorge, die ich ihnen hoffentlich geben kann. Ja, es ist sehr wichtig, dass du das sagst, denn so oft kann man wirklich in Tränen ausbrechen, wenn man sieht, hier ist eine Not, da ist eine Not. Hier müssen wir wieder, könnten wir wieder einschreiten. Und dann zu sagen, wir bleiben auf dieser scharfen Kante unserer Werte. Und das ist so wichtig, weil wir sonst vom Pferd fallen sozusagen und nicht mehr das bedienen können, wofür wir eigentlich berufen sind. Und Nicky, selbst in dieser Hinsicht, kann es einen Bedarf geben, für den wir nicht zuständig sind. Aber es gibt andere Organisationen und wir können sie miteinander in Kontakt bringen, wenn das notwendig ist. Ein weiterer zentraler Wert ist dieses Buch, das Bruder Andrew das Buch des Vaters nannte. Wir lieben die Bibel. Der Dienst begann, weil Bruder Andrew hinter dem eisernen Vorhang Menschen sah, die Gottes Wort dringend benötigten. Und von ihren Regierungen daran gehindert wurden, Bibel zu erhalten. Ich erinnere mich an ein Bild von ihm, wie er in die Kirche ging und predigte und er sagte, öffnet eure Bibel. Nun, die Menschen hatten keine Bibel. Oder vielleicht hatten zwei oder drei eine. Und sie hielten die Bibel so in die Höhe, damit möglichst viele Menschen mitlesen konnten. Aber er fand sogar Kirchen, in denen nicht einmal der Pastor eine Bibel hatte. Und er sagte, das sei einfach falsch. Wir werden den Menschen das Wort Gottes bringen. Die Bibel ist die Grundlage für das, was wir sind. Würdest du sagen, dass es heute noch Teile gibt in der Erde, die noch nicht bedient sind mit der Bibel? Oder ist das inzwischen passiert, dass die ganze Welt eine Bibel hat? Nun, darauf gibt es keine einfache Antwort. Wir haben festgestellt, dass in einigen Ländern die Christen so weit zurückgedrängt werden, dass sie keine Bildung erhalten. In einem Land, in dem ich gearbeitet habe, sind 80 Prozent der Christen Analphabeten. Selbst wenn du ihnen die Bibel gibst, können sie sie nicht lesen. Das zeigt wiederum, dass wir unsere Arbeit auf die Bedürfnisse des Landes abstimmen müssen. So gibt es in diesem Land Hunderte von Alphabetisierungszentren, die Erwachsenen das Lesen und Schreiben beibringen. Und ich hatte das Privileg, bei einigen der Abschlüsse dabei zu sein. Sie lernen acht Monate lang an fünf Abenden in der Woche drei Stunden pro Nacht lesen und schreiben. Und wenn sie dann ihren Abschluss machen, darf ich ihnen ihre erste Bibel überreichen. Ich erinnere mich an eine Abschlussfeier, bei der eine Frau die Hand hob und fragte, darf ich euch meinen Lieblingsbibelvers vorlesen? Jemand machte ein Foto von dieser Frau. Wir haben einfach geweint, als sie zum ersten Mal in ihrem eigenen Exemplar von Gottes Wort las. Die Bibel ist also vielleicht verfügbar. Aber ist sie wirklich verfügbar, wenn jemand sie nicht lesen kann? Auch hierin liegt die Einzigartigkeit unseres Dienstes. Wir passen unsere Arbeit an die Bedürfnisse der örtlichen Kirche an. Ich bin hungrig nach einem weiteren Kernwert. Nun, der nächste Punkt auf der Liste ist das Gebet, aber darüber können wir ein anderes Mal sprechen. Darüber werden wir eine gesonderte Folge machen müssen. Dann machen wir das. Der nächste Wert in der Liste ist, wir leben und arbeiten im Glauben. Und das ist ein zentraler Punkt dieses Dienstes. Wenn man hunderte von Bibeln schmuggelt, Bruder Andrew hatte dieses Gebet, wenn er an die Grenzen kam, das er sein Schmugglergebet nannte. Herr, als du noch auf Erden warst, hast du blinde Augen sehend gemacht. Aber jetzt gehe ich mit Hunderten von Bibeln, die dein Volk braucht, über die Grenze. Würdest du bitte diese Augen an der Grenze blind machen, damit die Christen das Wort Gottes empfangen können? Wir haben viele Geschichten von Wundern. Wenn Gott nicht eingeschritten wäre, wäre es eine Katastrophe gewesen. Eines der Dinge, die ich oft mache, wenn ich mich von jemandem verabschiede, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wir sagen, take care. Pass auf dich auf. Ich sagte das zu Bruder Andrew, als ich nachts wegging. Pass auf dich auf, Bruder Andrew. Und er antwortete, nein, geh Risiken ein. Okay. So war er. Er liebte es zu reisen. Und er sagte, wenn Gott sagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Was hält uns dann zurück? Ihr wisst, dass Jesus gesagt hat, dass ihm alle Macht gegeben wurde. Alle Autorität ist ihm vom Vater übertragen worden. Also geht. So war Bruder Andrew. Ich finde es so genial, dass du das sagst. Bruder Andrew war einmal bei uns in der Gemeinde. Und ich saß wirklich so da und habe gedacht, ein Glück macht das jemand anders. Und jetzt bin ich selber bei Open Doors und mache es selber. Das heißt, seine Art zu sagen, nimm das Risiko, geh ins Risiko, ist wirklich etwas Ansteckendes. Und was wir alle tun können. Eines der Dinge, die die Leute vielleicht schockieren wird, ist, was Bruder Andrew über sein berühmtes Buch der Schmuggler Gottes sagte. Es ist in circa 40 verschiedenen Sprachen erschienen. Und ich erinnere mich, wie er einmal auf einer Bühne stand. Er nahm das Buch, warf es auf den Boden und sagte, dieses Buch hätte nie geschrieben werden dürfen. Denn es hätte Tausende von Menschen geben müssen, die das tun, was ich getan habe. Und er bringt es auf den Punkt. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wenn ich, ein ungebildeter Holländer, das tun konnte, dann kann das auch jeder andere. Und ich denke, das ist Leben und Arbeiten im Glauben. Das ist es, was es bedeutet. Jeder von uns, jeder von euch Zuschauern, wenn Gott euch ruft zu gehen, dann geht. Ihr könnt es tun. Durch den Glauben wird Gott euch das geben, was ihr braucht, um den Auftrag zu erfüllen, den er euch gibt. Ja. Dank dir. Hast du noch was auf deiner Liste? Wir sind Jesus und seinem Auftrag treu ergeben. Und ich denke, dass es für uns als Dienst wirklich wichtig ist, dass wir nicht ein Dienst sind, der Menschen vor Verfolgung rettet. Okay. Der Vers, den ich vorgelesen habe, von der Frau, die bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche getötet wurde, war aus dem 2. Korinther. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir stärken die Kirche in der Verfolgung, damit die Menschen ermutigt und gestärkt werden, zu bleiben und die Kirche zu sein, die Gott sich wünscht. In ihrer Sprache, in ihrer Kultur, denn das ist das wirksamste Zeugnis. Missionare spielen zwar immer noch eine Rolle, Aber ein Missionar geht in ein anderes Land, muss die Sprache lernen, ist dort nicht aufgewachsen, kennt die Kultur nicht und weiß nicht, wie sich die Menschen dort verhalten. Das wirksamste Zeugnis sind die Menschen, die bereits dort leben. Und heute gibt es in fast jedem Land eine Kirche. Deshalb würde ich sagen, dass der Dienst heute so wichtig für uns ist, um die Kirche zu stärken. Damit sie den Teil des Missionsbefehls, den Gott ihnen gegeben hat, in ihrer Sprache und in ihrer Kultur erfüllen können. Das ist ein mutiger Schritt. Ein mutiger Schritt auch zu sagen, ich vertraue Jesus, dass er seinen Weg mit dir geht in dieser Gefahr, in der du bist. Ja, das ist eine Herausforderung für uns. Der Missionsbefehl ist noch nicht erfüllt. Wir wollen, dass jeder Christ daran beteiligt ist. Und das gilt auch für die verfolgte Kirche. Nicht nur für die Kirche in der freien Welt. Und schließlich kommt noch der letzte Kernwert, der vielleicht der wichtigste von allen ist. Wir tun alles zur Ehre Gottes. Und das war für mich eine Herausforderung, als ich ordiniert wurde. Bruder Andrew hielt meine Ordinationspredigt über Galater 2, Vers 20, wo es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wie du weißt, traf ich zusammen mit Bruder Andrew einige Verfolger der Kirche. Wir haben uns mit der Hisbollah, den Führern der Hamas und anderen Gruppen getroffen. Und vor dem Treffen sagte Andrew zu mir, Al, denk daran, du und ich sind vielleicht der einzige Jesus, den sie je treffen werden. Das ist es, was es bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Wir wollen, dass die Leute nicht sehen, wie toll wir sind. Denn das ist keine große Sache. Sie sollen sehen, wir wollen ihnen zeigen, wie großartig Jesus ist. Was immer wir also in diesem Dienst tun, um die Kirche zu stärken, es sollte letztlich Gott die Ehre geben. Wer bekommt den Ruhm? Bin ich es oder ist es Gott, der den Ruhm erhält? Oder ist es Gott, der den Ruhm erhält? Danke dir sehr für dieses Komma, das wir jetzt hier setzen dürfen. Denn du hast ja gesagt, über das Thema Gebet sprechen wir das nächste Mal. Das Thema Gebet für verfolgte Geschwister wirft häufig Fragen auf. Wer bin ich, dass ich beten kann? Kommt mein Gebet überhaupt irgendwo an? Wie wichtig ist Gebet? Wie kann man beten? All diese Fragen werden wir das nächste Mal anschauen. Und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Hab eine wunderbare Woche. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin